Ich hoffe, die Beatles-Fans sind nicht beleidigt. Jetzt kommen wir endlich mal zu einem Stück von diesem Album. Zu einer wunderschönen Ballade, ein Stück des Schnulzenschreibers Burt Beckerack, für den ich ein besonderes Fable habe, weil ich auf solche Schnulzen sehr gut reagiere. Und wir spielen ein Stück von ihm, das heißt The Look of Love. Viel für mich. Vielen Dank. 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 Bye. 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 przyb отк Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018